Stürmer Daniel Sturic und Verteidiger Alberto Moreno verlassen den Champions-League-Sieger FC Liverpool Das gab der englische Fußball-Club von Team-Manager Jürgen Klopp drei Tage nach dem Triumph in der Königsklasse bekannt. Die Verträge der beiden Profis laufen aus und werden nicht verlängert. Der engländer Sturic, 29, war Anfang 2013 vom FC Chelsea zu den Reds gewechselt. In 160 Einsätzen für den LFC traf er 67 Mal. Den Spanier Moreno, 26, hatte Liverpool 2014 vom FC Sevilla geholt. Ohne die beiden wären wir nicht das, was wir sind, sagte Klopp. Punkt. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige, meist gelesene Artikel, Dennis. Genslams dieser Schlag spaltet die Tenniswelt, Fußball, Bundesliga-Rangnicks neuer Job wirft Fragen auf Fußball, Premier League-Club plant offenbar, Sabbatical, Fußball, Champions League-Club ließ Benfica Spurs imitieren Fußball, Premier League, Sturic und Moreno verlassen LFC Let's Block Ads. Musik 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 Musik